16. Dezember, nur noch 8 Tage bis Heiligabend. Hier auch ein sehr schönes Paketchen, mit 2 schönen Weihnachtskugeln dran. Ich glaube ich weiß da schon was da drin ist. Ihr werdet es jetzt sehen. Na dann, auf! Da haben wir die Quattro 4 Farb Prachtfontäne von Befefeuerwerk. Auch ein Klassiker, ganz bekannt, der Artikel ist. Ich finde ihn persönlich schön unter den Fontänen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. So Leute, jetzt haben wir hier die Quattro 4 Farb Prachtfontäne von Befefeuerwerk. Die wir natürlich jetzt hier schön gemütlich zünden werden. Ja, ist auch jetzt gut. So, zurück, zurück Leute. Licht aus. Und los. Herrlich. So, das war Türchen Nummer 16 und dann sehen wir uns morgen wieder, Leute.